Sebastian Dahm ist bei mir Torhüter der dänischen Nationalmannschaft. Sebastian, 0 zu 3. Ein paar Worte zum Spiel bitte. Ja, ich bin nicht so zufrieden mit unserem Spiel heute. Ich denke, heute war ein taktisches Spiel. Bei der Mannschaft kommt es sehr bereit in die erste und die zweite Drittel. Und es war sehr schwer für uns zurückzukommen nach dem ersten Tor. Ich habe euch im ersten Drittel ein bisschen besser gesehen. Hat euch vielleicht nur das Führungstor gefehlt? Ich denke, dass wir im ersten Drittel sehr gut gespielt haben. Aber wir brauchen das kleine Glück in dieser Weltmeisterschaft. Es ist immer das kleine Glück, das wir suchen. Und heute haben wir das nicht. Leider. Ihr habt jetzt wenig Zeit zum Regenerieren. Morgen geht es gegen die USA. Was macht man da am besten? Heute Abend früh schlafen und viel schlafen und viel trinken? Viel schlafen, viel Wasser und man muss viel Vorbereitung gegen eine Heul-Mannschaft wie die USA. Anderes Thema. Wir haben zuletzt gehört, dass du in Graz gespielt hast, bei den Graz 99ers in der EBL. Gerüchte sagen, dass du in die deutsche Eishockey-Liga wechseln willst. Ist das richtig? Es ist richtig, dass wir immer die deutsche Eishockey-Liga spielen wollen. Aber ich habe keine neuen Informationen. Aber ich spiele nicht in Graz nächste Saison. Das ist alles, was ich sagen kann. Es gibt Gerüchte, dass du in Iserlohn spielen willst. Deswegen frage ich nach. Aber ich will jetzt auch nicht nachhören. Es gibt keine offiziellen Bestätigungen. Das Wort Seilersee hast du schon mal gehört? Ich kenne Iserlohn, die von Max Christensen da gespielt haben. Und ich habe viel mit Max gesprochen auf die deutsche Eishockey-Liga. Ich habe immer das gefolgt. Und ja, ich denke, dass die DEL eine gute Liga für mich wäre. Wirst du da eine Kontingentschelle belegen? Oder hast du auch die Möglichkeit, einen deutschen Pass zu bekommen? Ich habe ein bisschen deutsche Familie. Aber ich weiß nicht, was es meint. Erwartest du da ein höheres Level als in der EBL in der DEL? Oder ist das ungefähr gleich aus deiner Sicht? Ich hoffe natürlich auf die DEL. Ich denke, dass das mit meiner deutschen Familie eine gute Stelle für mich wäre. Dann sage ich bis hierhin erstmal vielen Dank, gute Erholung und viel Erfolg morgen. Vielen Dank. Danke dir.